die die in der und hier ist und natürlich überhaupt nicht gespackt und du liest jetzt müssen drei Proben gehört uns ist die Tüfe ich sie in vorzüglich wenn sie das sind tun würden in einer gepflegten und shaving destroyed auf aber vorher gut kommt es richtig ist die Zuschauer stehen wie jonen Hallo. Das wäre gar nicht geklaut. Ja, den Bäcker wollte ich schon mal töten. Er war so ein Zwielichtiger, so ein Hempel. Ja, dein Brötchen ist richtig gebacken. Ich habe noch einmal diesen Blutgeschmack, Alter. Ja, passt jetzt zur Zomi-Map. So was, Alter? Zu mir komme ich in meinen Vanille-Milchreis zu liegen. Ja, über den Blut. Willst du nicht den Helm haben, oder hast du schon Helm? Ja, ja. Und ich frage mich, warum in dieser Gottverdacht mich da fast jeder Sniper gewährt. Na, na, die Armee war hier, und haben versorgt an den Klass. Ja, ja. Na, nie die Maus. Pass, leider, der Wieher. Ich frage mich hier. Oh Gott. Entschuldigung, ich hab mich hochgeschossen. Johnny? Dann war mir erst mal da, wenn das mal nie. mal lieber noch nicht mal auf eigene Entscheidung oder wie meinem Tumis mein Mami bis zu den langen Alter schon verloren ich weiß nicht, ich gebe mir mal so die beste die Geschütze hier wir haben das neue Leiter, neue Leiter, neue Leiter, komm 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 ah nee, sonst machen wir uns was zum bloß noch kaputt okay, komm weiter hier geht natürlich dann ja nicht nicht oh, oh, weil sie bisher der Kellner hier kommt was hätten Sie die Gerne? was, 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 ich warte schon seit hier, seit dieser Zeit, seit dieser Zeit, sie sie den nach, den nach was, seitdem ich woanders war, und dann war ziemlich lange für mich, und ich fühl mich einfach nicht wohl, dabei so lange zu warten Mund 6 Uhr wie die ein Ohrendienbuss unterwegs sein ok, ja kostet hoch om ja Urgott mit der Niedergeschehen drohen der Kumpel bis zu den Achtungen der Kumpel der Klinik gefunden diesen Menschen alle aus diesem Pflanz hier gemacht die Läste Heizung für die Runde Fette und wenn die wieder Riedel Prozent Prozent gut für das geistliche und ich muss das erste Mal ab um MediPack Euro die Schild wo ich habe eine Heilung getrunken ich habe auch so wie käme gar nicht durch den mit der Hauptbahn die Sorge welchen Punkt man gerade hat auch sollte ich dürfen warte mal Prozent von uns weitergehen ich glaube jetzt richtig weiter da unten habe ich noch andere Gänge gesehen also andere Wege das war ganz so die anderen ablaufen doch hier ist wirklich weitergekommen ist Prozent Frauen wenn er einen kompletten ich will kurz sein muss man ich bin mir sicher zu wirklich weitergekommen wir müssen drei generatoren aktivieren zwei haben wir schon müssen wir noch den nächsten Leike Borg Leike Börse Prozent 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 die jeweilig genug da hat nur mehr Blumen und ich habe ich noch geteilt Prozent die Auer und hier sind wir auch dann Prozent das ist ein Stück macht Scheiß-Natur da ich bin natürlich ein Freund der Natur wirklich von einem Markt gibt es kaputt das ist nicht auch ein Nachtelfreihe wirklich genau genau das ist wir sind auf der Hauptstraße wieder auf der anderen Seite stürmt von mir bloß nicht runter nein nein danke hier ist was enter the grocery store äh da gehen wir nicht rein oder ich würd sagen Junjun jumpy rauf, jumpy rauf, das ist so cool für dich wo bist du? ich hab Angst hier umgeht sogar, hier ist um ist ein secret chest glaube ich sogar hier auf dem Baum, nein, 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 hier drüben wir nicht ich sehe dich nicht und wenn ich hier unterfalle ist schlecht wenn ich glaube ich hab gar kein Essen mehr äh ich kann dir was geben, ich habe eine 20 ich hab gar nichts mehr ja, wo bist du? dann hier rüber Junge Alter, das ist nicht zu schnell das ist extrem starker Zwiebel und man sollte sich das sehr wichtig, dass die man sich an das ist der Bäcker ne? 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 oh ja, er greift mich an Ok dann töten wir den Bäcker. ach herrlich wie Zombies blöd einfach! äh, ich glaube den kriegt man nicht tot. ich glaube wir verbrauchen den Brust nur für dich nicht. gehen wir lieber. gehen wir mal nach unten, um zu gucken ob es wirklich der an Bäcker ist. Ja Wack wir töten in Form welche Leute? ja das ist der Bäcker. oh guck mal hier kann man sein Brot auffrossen. höh! ja das sei Land die Lärm um wir sind weiterläuft weil es ist ein unnötig der Beobachtungszeit dass sich denn das für den Schlag nene du hast aber weiter und ich will ich will ich wieder Geld und Kriegsbekommen und ich will in der Zeit Schindler Eusel und Tod Kürbungserbuch hat auch eingelassen Städter Omener und das ist das das ist ein Maus Prozent Bibi die Maus, don't eat it. Ich esse es mal. Schade kann ich nicht. Nimm das! 9. Januar 2013. Warte mal. 9. Januar 2013. Ich denke, ich bin beeinflusst. Ich hoffe, ich kann überleben, bis sie eine Kugel finden. Wenn jemand dieses Buch findet, das bedeutet, dass ich es nicht gemacht habe. Bitte, take my pet Maus, Bibi, to my friend. G-point-point-point. Ah, no. Die Infection. Uuuck. Wir haben jetzt eine Aufgabe. Wir müssen einem alten Mann seine Maus bringen. Mhm. Dieses ganze Samia-Apokalypse ist nur wegen dieser hässlichen Maus, weil die den wahrscheinlich gebissen hat. Naja, komm. Die Maus ist an einem schuld. Guck mal. Ich bin schneller da als du. Hier ist nochmal die Maus, die ist abgebildet. Okay. Ich will nicht essen, wie Kuchen oder Brote, wenn es eine Zombie-Upperclips ist. Die sind wahrscheinlich alle infiziert. Ja, aber bestimmt war Kaltu-Sat hier. Oh Gott. Das ist bestimmt Underhill. Das hat alles einen Sinn. Lohmann sind scheiße. Das sind die Soldaten aus Underhill. Okay, den Deckery-Typ haben wir getötet. Jetzt müssen wir bloß nach den Grocery-Store. Warte, 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 warte. Das ist der Grocery-Store, wo wir hier gerade sind. Aber ich hab... Bist du denn nicht schwer weitergelaufen? Nee, nee, ich hab mich hier umgeguckt, ne. Warte mal. Ach, da haben wir die Ecke bloß. Ja, das ist gar nichts. Das hier ist der Grocery-Store. Da steht's doch. Oh ja. Warte mal, bevor du den Knopf drückst. Okay, geht's nicht weiter? War um der Ecke was? Nee. Okay, warte, bevor du raufdrückst. Wupp, 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 dubstep, wupp, 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 wupp. Okay, mal ganz kurz gucken. Ach ja, Glasflaschen. Ich muss mal in sortieren. Hast du noch genug Pfeile? Ja, habe ich sechs Stück und noch mal 46. Okay, gut, 64, meinst du? Äh, 46 nur. Warte mal, wieso hast du 6 und 4, 4, 4, 6, 4. Dann mach die aufeinander. Nein, nein, das ist einer Verzauberte. Haltbarkeit. Ach so, ohne Sinn. Ja. Okay, warte, den kann ich auch wegwerfen. Ich habe gesagt, zum Beispiel Kartoffeln. Das ist aus wie viel Zwiebeln. Ah, die habe ich hier gegeben, damit du sie essen kannst. Ah, nee, Kau, warte, ich bin drauf. Aber die sind trotzdem aus wie Zwiebeln. Ändert nichts anderer Sache. Okay. Okay. Ähm, bist du ready? Ich muss erst mal meinen Müll wegschmeißen. Wir hätten den da... Aber wir sind so umwelt... Ich glaube, das ist jetzt ein Wart. Und so, liebe Kinder... Das springt wieder raus. So, liebe Kinder, wirft man Müll weg. Ähm. Das sieht hier geil aus. Okay. Oh, Gott. Das ist schon eine Bassanlage nicht. Ja. Und so, ich weiß nicht. aber das ist ein Sohn und das gefühlt ich bin bereit um das ist hier das ist bestimmt der Blumeladen und die Füße wenn du verstehst Blumen bis zu bescheuert okay um gut ist es dann zu erlaubt wo wer kommt nicht ausgabe ich hab dich einfach umgedrückt oh Gott das ist eine Glowstorm-Laterne, ist ja lustig wow oh scheiße bis ich sie von oben ähm ich muss hier Ratte essen, ich hab keine andere Wahl oh scheiße ich denke mal, die kann man nicht essen, oder? ne ja, ich wurde geteilt du hast ja gar keine Skills ne ne, ich sowieso nicht ich kille mit Skill, weißt du ich muss immer Bibi beschützen Bibi, unsere kleine Ratte, das ist jetzt unsere Hausratte Bibi und Tina oh Gott ich rette dich Johnny aber mein Schwert ist mal ein bisschen kaputt gegangen ich weiß nicht ob das Kinder sind oder Kleinwüchsige ja Kleinwüchsige, nein, weil ich gemeint sein bisschen Kinder aber gut, das ist noch gemein ich bin doof ja man huiuiui alter entschuldigung, wenn du uns überlegst, früher brauch ich mal 50 Level um ein Enchantment zu machen wie viele Zombies wir jetzt schon getötet haben und sind noch nicht mal 50 aber dafür auf unserem Server auf meiner Map hast du ja diese Ender Halle gebaut und da haben wir ja die ist so geil das ist nämlich ziemlich geile Map wir machen vielleicht auch mal ein Let's Show unsere Map, also unsere Welt da hat er eine richtig geile nachgebaut von einem Typen, ich weiß nicht wer genau Nullpanda hieß der und davon hat er das halt nachgebaut und seitdem brauchen wir keine EPs mehr fahren ja weil man steht einfach und die EPs kommen also zu 2 ey komm wir müssen raus hier Rick lass doch noch der heißt nicht Rick natürlich der unten da, Rick achso wer ist denn über diese Rick ja der Rick ist Rick ne das ist jetzt bist du der Chain getötet, weil es nicht mehr ja, wir sind jetzt nicht mehr Spoiler Spoiler das ist meine Chance nichts hier nimm den Gas mit, ich nimm die Knochen mit die, äh, Sniper habe ich schon ok, hier machen wir ja ein klein Cut gleich, wenn wir hier Sachen verkauft haben das ist nur ein Wurstpanzer äh, nö, eigentlich nicht, oder? noch gut dann bald ich mal kann man jetzt eigentlich Baby die Ratte verkaufen? ne, schade, ich dachte, man könnte es machen kann ich mal ganz kurz an den Shop, oder? ja, ja ich kaufe hier schon mal schon viel, aber du machst das mal ein Stopper ja, ja, ich kaufe hier gerade, äh, ziemlich viel Sachen weil wir so viel verrottet das Fleisch haben die Sammeln ist schon die ganze Zeit, ich weiß nicht warum ja, weil man hier Sachen kauft ich hab vier Stacks er könnte es mir vielleicht auch so machen, also so eine Chainzor kaufen eine Chainzor ist so? ja, ja, vielleicht wäre es gar nicht mehr so schlecht ich kann die noch nicht kaufen warum nicht ja, und außerdem wär das ein Modifizierte, weil, ähm ich hab nur drei und die kostet vier ne, ne, du hast jetzt fünf ich hab drei ich hab dir zwei gegeben ich hab dir zwei gegeben das sind drei andere höh? das sind dreimal mit Haltbarkeit und dreimal ohne äh, das ist ja sinnlos naja, äh, die kommen ja unser Müll ist verschwunden aber man kann sich trotzdem Sachen mit dem kaufen schlafsinnig soll ich dir damit, ähm, einen Brustpanzer kaufen? äh, ne, lieber die Machete ja, den kann ich nicht, das ist ja das Problem oder warte, 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 warte nein, geht nicht, schade aber den Brustpanzer ja, weil ich hab drei und der Brustpanzer kostet plus zwei ne, muss ich nicht Ne, 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 gibst du nicht puedes ii, jedi,... er ist anders er ist an der Bieder und hört dort hat er auch noch ein paar Heal Potion, oh Gott, jetzt sind der ganze Sinn von Heal Potion voll Naja, okay, dann machen wir hier einen kurzen Cut und wir sehen gleich weiter in Berlin Tag und Nacht wie Ace Diler und Wick mit der coolen Kapuze hier er ist anders zusammenkommen oder vielleicht ist so etwas schlagliches passiert was hätte ich denn tun sollen ich musste den Typen doch umbringen er hat mit der Frau meiner Schwester, der Mann, geschlafen ja weißt du das? ähm schau dann was hätt ich denn tun sollen? Moment, ich hab mal meinen Milchress weiterhessen naja, okay schau dann noob